Liebe Zuschauer, jetzt geht's rund, denn wir geben Gas. Und zwar mit der Mutter aller Motorroller, der kultigen Vespa. Denn man kann mit ihr nicht nur brav auf der Straße fahren, zu was die Vespa noch imstande ist. Das zeigt Ihnen jetzt der Vespa-Freestyle-Weltmeister Günter Schachermeier. Ob über tiefe Schluchten oder mehr als 40 Meter senkrecht ein Stahlseil hoch oder zig Kilometer ohne Vorderrad fahren, für Günter Schachermeier und seine Vespa ist fast alles möglich. Vespas ist Leidenschaft, soll ich. Aber Vespa fahren kann man mit Vorderrad fahren nicht vergleichen. Das ist gut, das muss von Herzen kommen. Günter Schachermeier ist Vespa-Freestyle-Weltmeister. Der 38-Jährige hält einige skurrile Weltrekorde. Ich mache mit der Vespa ganz eigenartige Dinge. Ich bin die Bergiselsprungschanze hochgefahren mit der Vespa mit 8,3 PS. Ich bin am Riesenrad in Wien eine Runde gedreht mit der Vespa. Vor kurzem habe ich ein Ferrari abgeschleppt, auf einen Flughafen, auf eine V-Max-Geschwindigkeit, auf 180 km und das letzte große Spektakel, was ich gehabt habe, das war, da bin ich mit der Vespa 5 Meter unter dem Seespiegel gefahren in Österreich. Kannst du denn auch ganz normal mit der Vespa einfach zu 50 kmh durch die Stadt, geht das noch? Nein, das geht gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die nächste Vela ganz hoch hinaus. Über 4.000 Meter ab in die Troposphäre. Yes!